Achso. Versuchst du jetzt was? Drück doch mal... Ach ja, gut. Ja, ich bin doch dabei. Ja, weiß ich doch. Ich habe doch gesehen. Ständig werde ich hier angegriffen. Boah, du musst doch nicht so aggressiv sein gleich wieder. Wahrscheinlich jetzt. Ich habe gerade FIFA gezeigt, das macht mich ein bisschen... macht mich mal akkurrer. Ja, du wechselst vom EA-Spiel zum Ubisoft-Spiel und dann... Ha! Hm? Boah, was? Ey, die hatten Operation Health, also das war voll gut. Ja, Oregon raus, ja. Das Clubhouse war doch auch überarbeitet, oder? Ja, aber ist besser als... Alles, alle drei sind überarbeitet, aber Oregon kenne ich mich halt kaum aus. Ja, super. Hauptsache, Freizeitpark hatte doch drei, oder? Ja. Aber wieso fliegt die denn raus? Hä, weil wir gebannt haben, du Opfer? Ja. Ey, stimmt. Ach, wow. Die Frage ist, er will so hatte Oregon-02, wenn Stefan auch Oregon-02 hätte... Ich hab gemacht. Ich hab gemacht. Ich hab's auch auf Stream, du Vogel, ey. F-f-f-vogel. Guck mal, Pasi, kannst du nicht eh spielen. In dem wir raus? Mh... 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 Ja, Karl, okay. Ah, wir haben ja jetzt hier die Stimmengewalt, ey. Das ist ja ideal, ey. Ja. Hat bei der Map super funktioniert. Mh... 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 Mach mal. Raus... Raus mit... Raus mit dir, Alien. Oh, Cavera ist auch mies. Ja, dann können die Gegner dir herauswähren. Mh... 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 Könnt ihr bitte Cavera herauswähren, danke. Mh... 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 Cavera. Mh... 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 Aber wo Erbi-Staffelwatt warst du? Ja... Ja, finden wir schon raus. Da muss ich wohl was anderes zum Öffnen nützen. Blingt ja nischt, ne? Da benutzt man was anderes. Oh, Entschuldigung. Passieren wie ist es, wenn ich hier bei, ähm, bei Straßes spawne... Spawne? Wenn ich einen Schritt nach links mache. Ja, darfst du nicht nach rechts gehen. Fertig? Okay, nach rechts, alles klar. Ja, pass, jetzt müsstest du uns eigentlich doch deinen scheiß Vortrag halten, aber dann lass mal zusammen angreifen, weil dann haben wir bessere Chancen zu gewinnen. Na, dann haben wir den abgehakt. Da haben wir überhaupt keine Chancen von den letzten vier Spielen betrachtet. Ey, ja, komm, ich war auch... Also das, was ich vorhin gesehen hab, war doch gut. 1 gegen 4, ja? Das, was ich vorhin gesehen hab, war doch gut. Was soll ich da machen, wenn ich 1 gegen 4 bin? Alter, da war ja nichts gegen den Arten. Na, auf, hör auf, konservat. Nein, da gab's einzelne Situationen, da war auch früher. Ein Standard, in der 7, 5... Ja, wir haben halt gereicht. Ja, aber in der letzten Runde war er doch, äh, konstant. Könnt man nicht auch mal... angewöhnen, hier diesen scheiß Muxi da zu... Ben, ey, der mit seinen scheiß Drohnenklau, ey. Aber das ist ja nicht mal so schlimm, das fuckt hätten wir ab. Ja, das fuckt aber ab. Einsatz in 10 Sekunden. Ich bin nicht zu 50 Punkte voraus. Guck, Stefan hat auch seine Hand. Ja, wenn du ständig die schäppigen Bomben, äh, entdeckst, was soll ich da machen? Ich positioniere meine Drohne immer taktisch klug im Gegensatz zu dir. Du gehst ja voll auf die Punkte. Ich probiere hier wenigstens schon direkt was zu... zu reißen mit den Drohnen. Was ist denn jetzt so? Ja, geh mir nicht aufs Ei! Ja? Wie machst du denn da auf? Ich werd doch da erstmal... Oh nein. Da ist die Markierung. Magazin wechsel! Oh, ich muss mal kurz... Oh, die Option. Aus die Einstellung. Gefällt mir schon ein bisschen besser. Ich weiss, was ihm nicht gefällt. Ich denk nicht. Wir werden dich erstmal nicht sterben. Lade neues Magazin! Wer drohnt denn von uns passiert? Nee. Oder ist der... Da ist der Gegner mit unserer Drohne rumgefahren gerade. Das ist der Maul. Also bei A ist kein Gegner. Wir hatten die Bombe. Ich lege die Hände. Wir hatten... Hier ist einer auf jeden Fall im Raum, Stefan. Also direkt bei der Tür irgendwo. Ja, hab ich gesehen. Ich hab natürlich nichts. Ich muss das mal aufmachen hier, aber... Drohne ist aktiv. Wendet der Gegner da jetzt? Nee. Ja, der Kollege mein ich. Aus den See! Wir sind hier! Ich könnte doch mal flashen ste... Einer ist doch unten. Unter uns. Flasch da rein, Stefan. Ist ein Schild? Schild hab ich weggemacht? Was? Trampelt doch was alles rum. Trampelt doch was alles rum. Nennt uns doch noch ein Kollege. Hast du noch ne... Hast du noch ne... Hast du noch was zum flashen? Ja. Ja. Oh, hast du nicht geblendet? Ja, wahrscheinlich. Du hast gefragt, ob ich was zum flashen hab, zum flash ich... Ich flash nochmal. Fahr nochmal vor. Rechts, 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 rechts. Ja. Nice. Lade nach! Links sind dann unter Bett. Der andere ist... Der andere ist im Nebenraum hinter der Wand. Glaub ich. Ach, er ist im Übergang noch. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Nächster Verbleibung am ehemaligen. Boah, Lukas ist gleich drüber. Die ist eliminiert. Also, das hat sich gepostetet... Ja, wenn du auch mal vernünftige Calls hier gibst... Habt doch Übergang! Was war ein Übergang von ihr? Ja! 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 Zeig ich dir! Wer hat die anderen... Wer hat die anderen guten Calls gegeben? Ich. Ja, Stefan und ich haben das halt geregelt. Das hat gar kein Problem gewesen. Vor ein paar Jahren einfach, ne? Ja. Das ist fast so... Stefan und ich haben halt zusammen angegriffen im Gegensatz zu dir, ne? Du läufst halt hier irgendwo rum und dadurch wirst du natürlich... Und stirbst dann und dadurch... Das ist... Das ist... Das ist genau so, als du noch zwei R hattest, was? Hm? Was? Ach, sorry, pass... Aber wir haben Spaß, oder? Passiv, wie viele Punkte hast du jetzt eigentlich? 200 oder so? Ja, 260. Oh, wir hatten da 525. Boah, irgend so einer, der seinen Namen geändert hat, weil er absolut dann Lutscher ist. Was? Was? Ja, und ich kann den nie wieder zu CF ändern, weil er das Microsoft gar nicht mehr zulässt mit zwei Buchstaben anfang. Echt? Glaube ich nicht, ne. Ist das jetzt Microsoft nicht mehr zu tun? Ich weiß, dass es dann noch mal A gegeben hat. Rumschein cool zu sein. Weil ich wollte ja dann CF Hubert machen, wüsste? Da hat er gesagt, das geht nicht. Eure Toriener hat eine Bombe gefunden. Was? Ja, ähm? Das ist aber merkwürdig. Ich auch, ne? Greifen wir den an. Ich weiß nicht mehr, wie man Keller angreift jetzt. Es gibt einen neuen... Es gibt eine neue Treppe, die am Topplan angreifen. Es ist gar eine Wand. Ja. Boah, wir haben alle. Aber wir haben nichts... Keine Ahnung, wir sind immer über Baustelle sonst gegangen. Die andere Seite ist besser, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie man immer noch kommt. Aber wir können das neue mal probieren, ja, komm. Ich weiß aber nicht, wo man hinkommt. Die ist da bei der Treppe nach oben. Schlafzimmertreppe. Da ist auch die Treppe nach unten. Wenn wir uns mal hier angreifen, oder? Also hier, wo ich bin. Ich kitt. Ich drunter vielleicht erst mal vorher, oder? Mach das. Ich bin ja eh... Der Bomb... Der Defil, also der Bombträger. Der bombastische Geht, findest du? Hier ist einer. Markiert. Und... Der ist... Der ist nach unten... Ich glaub, der ist nach unten gelaufen. Die Passi ist da. Kannst du... Hast du nach oben auch mal gedroht? Nee, ich bin grad nach unten gegangen. Unten ist erst mal cool. Die Treppe ist erst mal soweit. Da ist ne Kapkan-Fahrladings vor der Tür. Wurde ich Scannerer entdeckt. Irgendein Schreifcam. Einer ist hier... Der ist markiert. Passi. Der könnte eventuell zu dir kommen. Wurde immer noch durch Scannerer. Macht er aber nicht. Die haben das... Muss ne Standardcam sein. Hier. Okay, die Tür kann ich aufmachen. Ach... Frost ist tot. Das war die Offensive. Ich gesehen hab. Wo ist jetzt die... Wo ist jetzt die... Wo ist jetzt... Ja, hier bei... An der Tür ist die Kapkan-Falle. Wir haben ja schon wieder ne... Wenn die Drohne gelb leuchtet, ist die doch übernommen, oder? Nee. Ich glaub, wenn die weiß leuchtet. Ist auch erst mal cool. Also ihr könnt runter. Ja, bin da. Bin noch da. Bis zur Wand könnt ihr definitiv runter. Ja, die Tür hinten ist... Die Tür ist hinten zu. Ich bin raus aus der Drohne. Hat jemand ne Claimer für hinten? Warte, ich mach jetzt mal. Hat jemand ne Claimer für hinten? Hat jemand ne Claimer für hinten? Ich hab keine Claimer. Einer war direkt bei mir an der Tür. Einer ist ganz hinten durch. Wer versteht da gerade? Okay, der Kollege ist versteht wieder. Ich komm wieder zu euch. Ich darf ne Fleisch rein. Ich darf noch ne Fleisch rein. Ey, ihr crawlt ne? Wenn Tempo, dann Tempo. Naja, einer war links von uns. Wenn man... Nice. Läsion ist da auf jeden Fall noch. Da sind auch über Läsion fallen. War eben ne Kultureläsion. Wir müssen aber jetzt... Ich muss zu vieren rein zu gehen. Ich bin drin. Ah, da sind auch links. Links von der Tür, ja. Oh nein! Sorry, Passi. Das könnte ich gewesen sein. 5 Sekunden übrig. Der Entschärfer ist nicht leer. Ah, überall. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ein verbleibender Operator vom eigenen Kopf. Ah, fuck. Sorry, Passi. Ich hab nur nur Schüsse von links gesehen. Und dann bin ich jetzt reingelaufen und hab nach links geschossen. Dann hab ich... Die hatten überall fallen. Die hatten ja diese Läsons fallen über uns. Wie heißt der? Ja, ja. Ja, okay. Hm. Schade. Da hätte man jetzt eigentlich noch zwei gebraucht, die dann, ähm, ähm, von... von Baustelle Druck gemacht hätten, dass die dann nicht so easy im Flur rumschillen. Dann gehen die bestimmt wieder oben hin jetzt, oder? Ja, dank ich auch. Deiner von euch den Diffuser. Der hat sich gesnickt. Kann man sich die nehmen, ach so. So A drücken. Luka ist denn der Operator? Äh, ich wusste nicht wen. Mach ich halt jetzt hier. Der hat mir Bug weggenommen, der Typ. Kann ich nicht. Wer schmeckt denn jetzt so präzise Blendgranaten? Für mich? Ja, ist so. Mehr in mein Gesicht. Hm. Ja, wurscht dich. Du hast gefragt, hast du noch eine? Dann sag ich, yo, werfe ich halt direkt eine, ne? Was soll ich spielen? Alles gut. Ist ja nicht gestorben, also. Der klingt knapp. Wir sind wieder oben, ja? Äh, doch. Doch, oben, ja. Achtung, eure Drohne hat eine Bombenlösung passiert. Guck, das ist damit jetzt nicht mehr schön die Bombenpunkte der Pascal, ne? Ja, bei 0,2 muss man was machen? Um sich so wieder über Wasser zu halten mit der Punktzahl. Ah, die haben die Strohtypen. Ah, hat er meine Drohne noch gekriegt. Wenn wir diesmal Termites haben, Stefan? Ja. Dann kriegen wir da ja den Lachs drauf. Wollen wir zum Durchgang, oder was? Äh, ins Schlafzimmerdarm. Also da, wo früher die Betten waren, würde ich auch machen. Na sag, geh. Geh vor und sag wo. Ich mach einfach von der Anseite Druck. Pass noch kurz hier unten auf, falls, äh, irgendwer... Gut. Bist du drin? Ja, ich bin mit da drin und drin. Ist cool, die haben die Tür zugemacht. Ich weiß nicht, ob hier einer rumläuft. Ja, ich weiß nicht, komm mal lieber hier bis in die Deckung. Hier unten ist, ähm, der Kollege hat das komplette Garage-Tour aufgeschlossen. Ich lass da gleich. Ja, okay. Also, die Tür oben ist auf jeden Fall zu und du machst jetzt hier einfach links die Wand auf. Linke oder rechte Wand? Äh, wie du magst. Geld auf. Wenn du willst, kannst du auch noch probieren, hier die Wand aufzumachen. Ich bin hier schon. Welche Wand? Ja, hier vor mir geradeaus, so ein Übergang. Oh, ihr kommt da von hinten. Das Jugendamt. Schön. Ich glaub, hier ist noch was. Lison hat hier Gift hingeworfen. Bei mir. Ah, fuck. Wenn wir jetzt den Diffuser hätten, ne? Ach, der Mann, ich verstehe. Er hat auch wieder. Lison habe ich. Ja, da liegt noch irgendwo eine Falle. Keine Ahnung. Ah, stopp, 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 stopp. Ja, jetzt. Okay, habste. Ja, ich war mir jetzt sicher, ob das ein Gegner war, weil der Spiegel da gerade auch war. Ja, genau so war der. Oh, ich hab den nicht gesehen, der darf verbleibt. Ich glaub, du hast auch grad dich nach links gelehnt und dann konntest du den noch nicht mehr sehen, weil der war nämlich genau da in dieser Lücke. Das haben wir gut gemacht. Ja, wir hätten, wenn wir den Diffuser gehabt hätten, hätten wir da einfach planten können. Dann hätten wir da, das war's jetzt. Ja, jetzt sind die Angriffsrunde eben vorbei. Ja, aber nächstes Mal. Ja, aber Stefan und ich sind da vorgekommen. Wir haben zwei gekillt, wir hätten da einfach planten können, dann wären wir durch. Also wahrscheinlich wäre da durch gewesen. 15 Sekunden. Da war jetzt halt wirklich, weil der Kollege sich den Diffuser gesnackt hat und einfach immer noch nicht vorankommt bei dem, was er da tut. Was? So, Pascal. Warum hast du einen roten Haken? Hast du jemanden angeschossen von uns? Ja, ich hab Passi angeschossen. So. Du hast Passi gekillt, oder was? Ja, damit er keinen Kill macht. Ja, als wir da unten im Keller reingerushed sind. Da wurde er von links getötet. Da wurde er von links getötet, ich bin dann direkt auch durchs Loch, hab nach links geschossen und dann kam Passi da auch grad aus der Tür raus. So, warst du immer, was machen wir? Verlachsen. Mit Fallen, oder? Hast du hier weggerotzt. Ja, oben da, Fallen und so'n Scheiß. Ich weiß nicht. Pascal? Ja. Ähm, wie wärs, wenn du mal einen Kill machst? Super Idee, oder? Welche geile Idee, find ich. Ich glaub ich hätte einen gemacht, wär ich nicht weggerotzt worden von dir. Hm, hm. Glaubt ihr eigentlich, das Jugendamt Hashtag 702 und das Jugendamt Hashtag 371 gehören zusammen? Glaub ich nicht, Zufall. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Oh Mann, ey. Wer... Ich weiß nicht, ich würde. Bist du Lézion? Ich denke, das ist richtig. Wow. Die Band ist verstärkt. Super, ey. Ah, ich hab ja... Ich hab ja Dings. Reflexionsschaden. Ist gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Ah, ich hab ja Dings. Erst überlegt er dich mit seiner Granate. Schmeiß die, wenn wir alle spawnen müssen. Noch 5 Sekunden. Wieso hat der dich denn getötet? Hast du den abgeschossen? Ich hab den eh in meinem Arm geschossen, ja. Dann hat er mich getötet. Gegner hab meine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktion. Das ist ein Ranked MVP. Das ist ein richter MVP. Die Wand ist gesichert! Fenster geht schon auf. Glaub ich. Doppelfenster? Ich bin schon dran, ja. Ja. Boah. Ja, Schlafbereich geht auf. Dann schiebst du durch die Wand. Die haben sich versteckt. Okay. Was machst du denn hier rum? So. Nur ein kleiner Pinz Wickel Magal Turmite ist durchs Loch in der Wand gegangen Ich spiele mit Lukas und mit Pasi Pasi Hallo Ja, du kannst dich hier hinstellen und zähle putzen ordentlich Ja, toll Ritterdium Ritterdium Echt, du hast Küche und Nachschubraum Aber wir machen den Gegnern jetzt einfach alles nach, oder? Wirkt so Gute runter, Hosi Ich sagte mal nicht so, ne? Aber ordentlich jeden Zahn, Larissa, ja? Nicht vergessen Ja Weil sie hat sich jetzt hier hingesetzt, guckt dann zu und putzt ihre Zähne dabei Den Bereich sichern, die Bomben weiterführen Oh, du musst schon hier am besten was verlachsen mit ner Falle Da sind wir Standort der Bombe in Gefahr, entsprechend klar Ach, ne Ich verteidige den Garten zu hier Ich verteidige den Garten zu hier Ach, warte Wahrscheinlich passiert das Ach, Pasi Ne, da ne Ach, Pasi, was denn... was denn los? 10 Sekunden Schmusi Bärchen 5 Sekunden noch Wer verteidigt denn bei A? Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch einen Rücksfall ein Ich bleib erstmal hier was zum Treppenhaus Der bleibt da Aber wenn du zurückkommst sagt Boah die haben zwei Wände vergessen Amora Geil ich geb Bescheid wenn ich zurückkomme Ah die haben schönes Loch gemacht Die kommen von der Baustelle Oh die haben Blitz? Ah ich hab den nicht gekriegt Ich hab den mit meinem Kopf vorbeigeschossen Oh an drei Typen Jetzt ist da durch Der Kollege hat zwei geholt Du bist da an der Treppe oder? Ich bin auch an der Treppe Ich glaube die greift komplett von der Seite an Ja ja von Baustelle Ja dann zieh ich mich mal zurück Alter Alter Hey man hab ich den auch Es ist Only Baustelle Junge bist du behindert Oh ich kann dir sogar sagen Ah lol Ok Jetzt versteh ich das Also da ist du kannst dich markieren Ja Achtung der ist direkt vor dir An der an der Tür Also genau hinter dir quasi Naht ziehen Ja ich hab die Markierung gesehen Ich wollte aber hier mal Oh das sind zwei Gegner Zwei Live Markierungen Ah die kämen jetzt Ich hab den grad markiert gehabt Ich gucke den ein Ach hier Meine Kamera Das ist ja Der sitzt da noch in der Ecke hier Der Letzter verbleibender Gegner Ach da ist der nächste Ja ist markiert Da ist er Feinstgegen Äh das ist gleich markiert Ja ja das ist der Ja genau nice Was ist das? Lukas hat das gemacht Lukas Genau er musste nochmal runter sein Super Super Luca Huih danke Er freut sich Er hat gelacht Na 05 hat er eigentlich schon Sie soll mal sagen dass Sie soll mal sagen dass Pasti sich was anstrengen soll Mhm N.E.A Nimmst du wieder Kai? Hast du was ich anstrengen? Ja Ich sag Gut dann ähm Nehm ich einfach mal Nehm ich einfach mal Nehm ich einfach mal Just for fun Mute mit Ja ich hab mit Milz Mit der Dings geht das auch nicht Wie ist die mit der Fallen? Ja ja Frost Ja Frost Ich muss mal Long Range auspacken was Du hast zwei Kills mehr als passiert Trotzdem wieder auf dem letzten Platz Ja du hast aber auch Minuspunkte noch ne Also durch durch den Weil du den Kollegen ja nicht äh ja Mach mal hier zu dass sie nicht durchschießen können Die Hände auch nicht Die Hände auch nicht Wo ist vielleicht schlecht fällt sie da unten Aber ne 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 Ich hab mal Angriff bereit Dann mach ich das schon mal zu Mach ich die auch zu hier Geist bereit Ne Zehn Sekunden noch Fünf Sekunden noch Das Gerät ist an die wir Lukas und Pascal Warum du vom Gegner entdeckt Pascal Pascal Ich bin gesichert Was Quale AVS ist einsatzbereit Verhalten Richtig in die Schusslinie des AVS gerade Super Lukas Ja hast du gesagt Ne Lukas wohnt zu weit weg Zu dem können wir nicht nach Hause Doppelfenster ist schon wieder offen Ja Lukas wohnt in äh, der Kollege guckt aber nicht Alter was? 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 Ganz weg weg. Das sind glaube ich 600 oder 700 Kilometer. Jetzt geht's drohen. Was sehe ich? Das glaube ich krieg dich da nicht, ja. Nein, warte, jetzt müssen wir uns trennen. So, eine Cam. Ah, wirklich. Was ist das, was ich noch mal so sagen? Na die Drohnen, da wo ihr angegriffen habt. Ja, da kommt einer rein. Zum Balkon. Jetzt zur verstärkten Wand, da sind zwei. Ja, aber auf meiner Seite ist die auch gut. Boah, das war geil, Sam. Hast du das gesehen Pascal? Ja, leider ja. Boah, leider koste du den. Aber hast du gesehen? Hast du gesehen, wie ich den trotzdem kriege? Hab ich gesehen, wie er einfach auch kacke ging. Oh, ja, 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 ja. Das war echt nicht so gut. Gott sei Dank hast du nur du das sehen können. Sind sie abgenommen? Ist das dann so wie beim Verfassungsschutz, dass da ein paar Akten und ein paar Aufnahmen verschwinden? Was? Hm? Hm? Die greifen gerade. Ja, das war ein Böser. Da sind zwei reingesprungen. Ja, die sauen und ich weiß aber nicht, ob der Kollege die da jetzt weg macht. Im Durchgang. Die sind zwei reingesprungen. Durchgang, oder? Durchgang. Naja, die sind über das Fenster da. Naja, durchgang. Ich werde doch hier die ganze Zeit... Übergang auch. Ne, durchgang. Wir sind beim Durchgang. Ein Käptler des eigenen Trupps verbleibt. 15 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Tja. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Ich würde sagen, nacken. Jetzt sind die da gleichzeitig ringesprungen, ey. Und das Fenster konnte ich nur in den Ehen down gekriegt. Dann war da ein bisschen verpeilt, ob das der Kollege ist von mir oder nicht. Ei, 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 ei. 0... 6. Ja, Schatz. 0... 6. Ja. Soll ich dir nochmal kurz deine Nachricht vorlesen, die du mir eben geschrieben hast? Anstreng ich mal an sich schon an. Aber du hast dich angestrengt. Du hast dich an mich gehört. Das ist ja auch mal was. Ja, wie wäre es, wenn du dich auch mal anstrengen würdest? Das habe ich ja nicht geschrieben, oder? Damit wir jetzt wieder auf Silber 4 runterfallen. Ja, das ist mein Kommentar dazu. Ja gut, dann streng ich mich jetzt an. Ist okay. Ja, danke. Ja, okay. Meine Fresse, ey. So mit so einer Leistung... Oh, ich habe aus Versehen den Trupp verlassen gedrückt. Du Vollidiot. Oh, wow. Stefan, rick dich doch lieber mal. Aber passt das 06 auf. Ich rick mich auch über meine schlechte Leistung jetzt zum Schluss.